Das linke Gesindel und die Ausländer nehmen uns unsere Senderplätze weg. Ein Radiosender ohne Werbung. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Die spielen so viele verschiedene Musiker, so viele Richtungen und 90% ist trotzdem ein Schaß. All you hear about me on the Radio Fabrik, alternative facts, just alternative facts.